Banking ist Vertrauenssache, vor allem im Firmenkundengeschäft. Die Nutzung von unverschlüsselten E-Mails für vertrauliche Informationen verbietet sich von selbst. Deswegen aber auf Post, Fax oder umständliche Verschlüsselungsprogramme umzusteigen, kann auch nicht die Lösung sein. Mit dem e-Postfach im LBBW Corporates Portal stellen wir Firmenkunden ein elektronisches Postfach in einem gesicherten Bereich zur Verfügung. Hierüber können Sie nicht nur wichtige Bankinformationen empfangen, sondern auch direkt mit Ihrem Berater über einen gesicherten Kanal kommunizieren und Dateien austauschen. Das e-Postfach erhalten Sie kostenlos im LBBW Corporates Portal.